Ja so, weißt schon. Ja, den müssen wir nicht mit, den können wir gerne überspringen. Angenommen, jetzt angenommen Trump gewinnt die Wahl, was ich ja eh nicht glaube, ich glaube ja sowieso, dass Hillary gewinnt. Also ich hoffe es nicht. Dann ist er sowieso erst 2017 Präsident, also noch brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Noch können wir unser Grab schaufeln. Genau, wollte ich sagen. Also bis 2017 haben wir ja noch Obama, also alles gut. Die halten aber nicht viel auf. Aber das ist echt Wahnsinn bei Amerika, was für Chaoten sich für die Wahl aufstellen können. Ja ich habe auch das Wahlsystem noch nicht so richtig verstanden, muss ich mal ehrlich sagen. Ich habe das echt nicht verstanden, wie es möglich ist, dass man so eine Farce eigentlich als Wahl bezeichnen kann. So was unseriöses. Haben wir hier ein Team rüber gebeamt, dass hier überall so Föderationsleute sind? Ja ich weiß auch nicht, ich will auch mal kämpfen, aber irgendwie, hier fällt immer alles gleich um. Ja das liegt an mir. Wie war das vorhin? Wir sind mir langsam zu viele. Nehmen sie den Turbolift zur Brücke. Wie jetzt wieder zurück oder wie? Ja. Ja. Wir sollen ja bloße Maschinen, vor allem wir sind in einem Bird of Prey, ne? Genau und wir greifen. Ein riesen Bird of Prey. Aber was für einer doch. Wir greifen mit lingonischen Disruptoren an. Ne darum geht es nicht, aber der Maschinenraum ist größer als der ganze Bird of Prey. Oh, hallo Wollenby! Du brauchst einen Translator? Nein. Ich glaube nicht, dass du das brauchst. Ich hoffe so. Ich glaube es ist besser, dass du einen nicht hast. Was du brauchst, Sir. Das ist ja, wir rushen hier ja durch, das ist ja nicht normal. Und ich habe ihn verlaufen, ich muss das hinterher. Du hast nicht verlaufen? Ja. Auf der Map ging es eigentlich in die andere Seite, aber... Äh, wir brauchen... Oh. Oh. Dieser fand Denise Crosby gesprochen. Echt? Warum? Er und ein Grupp von Traitern versuchen, das Schiff zu nehmen. Es klingt wie Denise Crosby, die ihre Stimme verstellt. Ich glaube es aber nicht, weil ich glaube, der Charakter wurde schon synchronisiert, bevor Denise Crosby dazukam. Hm. Es klingt so ein bisschen, als würde Denise Crosby ihre Stimme verstellt, finde ich. Das muss ja jemand gesprochen haben. Aber ich brauche nicht, um die Worte von Traitern zu hören. Wer weiß jemand, wer... Wer ist der Sprecher dieser... Ähm... Ähm... Wie... Wie ist sie... Was ist ihr Name? Ist es Denise Crosby oder was? Es ist nicht... Was die fuck hinter dem redmet ihr talked? Was ist der... Oh aaa.... Yeah... Ich habe hier einen englischen Visitor. Okay. Und vielleicht weiß er was... Und vielleicht weiß er das, weil ich denke... In englischen... Oder der... Ja... Die Aprikon House ist eingeblum... Or... Oder... Diese G огром extrude wirdato. Abansing, nachdem er es kennt. Vielleicht weiß er das. Tony姐 vor der stickt. Ich hab noch nie in die Decke geschaut vor нес.: Das wordia, das sag your of Things. Sollll sein wie... Es so, als ich dir reden. Was tun wir hier? Wir müssen zur Arrestzelle. Und da bin ich jetzt. Hallo! Du touchst aus dem Rücken. Du hast das Graffilis noch da. Ich mach mal auf, mann. Mach mal auf! Lass mal einen Techniker ran. Halt! Geh weg! KMHBH! Mal sehen, wo die... Alles gut? Geht noch? Ja? Alles gut? Oh nee! Oh, das sieht geil aus. Kennst du Final Fantasy? Ja, natürlich. Das sieht aus wie in dem Film. Wie in dem Film, diese Wesen. Diese Geister, ne? Wie in dem Kinofilm. Ja, stimmt. Das sieht ein bisschen aus. Das sieht ja richtig geil aus. Die Geier und so. Die Geier. Ja, stimmt. Die Geier. Ja, das stimmt. Ja, genau. Sieht aus wie in Final Fantasy die Mächtige in dir. Ja. Sie sind mein Feind, aber heute sind sie meine einzige Schnitzelhoffnung. Ich werde meine Ehre. So. Was wollen wir jetzt tun? Oh, das sieht echt geil aus. Help me. How can I help you? So. Okay, wieder so. Das haben wir schon. Wir haben das durch zur Brücke zurückkehren. Wir sind wieder zurück in den Bereitschaftsraum. Äh, haben wir das? Ich? Boah, ich weiß noch wie das früher war, wenn man das Ding aufgestellt hatte, dass die bei einigen die Performance so in den Keller gegangen ist, dass das Ding abgestürzt ist. Ja. Was, zur Brücke oder zur Ingenieursabteilung? Brücke. Sicher? Oh. Ja. Sicher? Ja, Stand in der Missionsding. Doch, wollen wir es noch im Chat. Ich sehe es. Mhm. Ähm. So, Lage, hier, Befehle. Befehle. So, Lage, Befehle, hier. Lage, Befehle. Guck mal, selbst bei der Föderation läuft gerade alles rot. Das ist immer noch das alte Gewinnbüro, ne? Mhm. Vor allem, warum läuft bei denen jetzt auch alles rot? Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig es ist, die Doomsday-Maschine zu stoppen. Bevor wir, dass wir die Befehle anbieten können, dass wir die Befehle anbieten können. Ist das eigentlich so rot? Wenn du mir vorstelle, wenn du mir vorstelle, es steht einer vor dir, du hörst die Stimme so reden, so richtig ernst, wir müssen sie aufhalten, so richtig mit Finger zeigen, aber der Mund bewegt sich nicht. Mhm. Ach, Vanzyl, daher kennen wir die. Meine Miss Timmie ist anders, die bewegt die Lippen und man, man... Hört sie nicht. Man hört nichts. Setzen fort. Äh, setzen fort. Äh, was ist denn passiert? Reparieren Sie das Schiff, starten Sie eine Diagnose. Oh, reparieren Sie das Schiff. Dafür ist doch bestimmt der Dooms zuständig. Na toll, muss ich wieder. Was geben Sie, lassen Sie... Und ich muss eine Level- Moment, ich muss eine Level-1-Diagnose machen. Ja, ich muss... Ich muss... Starten Sie eine Diagnose... An den Waffen muss ich machen. Und starten Sie eine Diagnose. Ich muss nur eine Diagnose starten. Ich muss die... Ich muss die Waffen machen. Ich muss das Schiff reparieren. Oh mein Gott. Achso, dann muss ich zur Ingenieursabteilung oder wo muss ich hin? Ne, du musst auf die Kranken... Ne, du musst auf die... Ne, du musst auf die... Krankenstation ist gar nichts. Ne, ich muss wahrscheinlich auch Ingenieursabteilung. Ich glaube, wir müssen alle Ingenieursabteilung. Ah, hier... Achso. Fürs Team. Ich mach... So, jetzt guck ich mal, wo sind denn die Waffen? Wo sind die Waffen? Es sollte eigentlich alles auf der Map markiert sein. Ach, da ist es. Unten. So, hier ist was. Keine Ahnung, was das ist. Das ist, äh, starten Sie eine Diagnose. Äh, starten Sie eine Diagnose. Ich... Ich mach auch den Antrieb wieder ganz. Warte mal auf. So, Ihre Diagnose hat zwei Probleme aufgedeckt. Einen ist vor dem Monitor, der andere ist im Teamspeak. Okay. Die Impulsantrieb ist ja nicht beschädigt. Die Steuerung ist ja eine ganz andere Geschichte. Sie müssen die Polaritätsschubdüsen ersetzen, bevor sie den Impulsantrieb wieder verwenden können. Okay, ich muss... Ich muss den Operationstisch reparieren. Das heißt, ich geh auf meine Krankenstation. Mach mal. Mach mal. Ich muss einen Tag einbauen. Einen Tag musst du einbauen? Ja. Ja, das ist der Tag, ist der Klingonische Plasmaleiter. Ich glaube, ich muss jetzt auch auf die Krankenstation... Der Migrant vorne baust einen Tag ein und du schießt Plasma durch den durch. Ich glaube auch, hier kann ich nichts mehr machen. Es ist ein guter Tag zum Sterben. Der Emirat, du musst jetzt auf die Krankenstation einen Teil holen. Ja, ich glaube, ich muss auf die Krankenstation... Also das, was das Suran jetzt gleich einbaut, um das Ding zu reparieren, hole ich gleich wieder raus. Ja. Okay, ja, das ist toll. Ich tu die Operationstisch reparieren. Ne, hier im Schrank. Schließfach öffnen. Holen Sie das Ersatzteil. Moment. Ich hole... So, Ersatzteil. Ihr Translator hatte recht. Hier ist die Polaritätsschubdüse. Oh verdammt. Also, Moment. Ich finde, also der Translator findet in der Krankenstation einen Teil vom Antrieb. Äh... Macht das Sinn? Nein. Hier steht, Ihr Translator hatte recht. Hier ist die Polaritätsschubdüse. Wir sind auf einem klingonischen Schiff. Nur fragen. Ja, aber es macht doch keinen Sinn. Die haben von Technik keine Ahnung. Halt, wir müssen mal anders hin. Oh, jetzt habe ich auch auf der Krankenstation einen Moment. Ich leite Energie um. Okay, das macht ja noch irgendwie Sinn. Ja, vielleicht aber. So, jetzt muss ich zur Brücke gehen. Jetzt muss ich zur Brücke gehen. Jetzt muss ich zur Brücke und die Waffen aktivieren. Du hast so eine Schubdüse, die schlupft. Warte mal ab und so. Ich verliere ständig die Orientierung im Turbolift. Du verlierst die Orientierung im Turbolift? Ach, Du bist auch einer von denen, die sich in der Telefonzelle verlaufen, ne? Moment, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Reparieren Sie Langstrengsten und so. War das doch immer schon so viele Dinge zu reparieren hier? Aber ich glaube, dass wir ein bisschen allgemein so viel, weil wir so viele Klassen dabei haben, ne? Verbrochener Flügel. Okay, Wissenschaft ist fertig, Taktik ist auch fertig. Und gleich zwei Auszeichnungen auf einmal gekriegt. Muss ich ihn jetzt hin? Jetzt müssen wir wieder aufs Ingenieurdeck gehen. Hier auf der Brücke muss jetzt ein Ingenieur noch irgendwas machen. Achso, ich muss jetzt auf der Brücke das Ding einbauen. Du musst da Brücke hier. Hier ist irgendwie, da muss ein Ingenieur irgendwas noch machen. Komm mal her. Moment, ja, ich war auf dem Ingenieurdeck, weil ich hätte ja gemeint, dass ich so eine Schubdüse nicht irgendwo in der Brücke installiere. Die Schubdüse kannst du mir unter einen Käpt'nstuhl bauen. Das sieht echt aus wie so ein Goa-Old-Handschuh. Ja, hab ich doch gesagt. Wo? Hey, Vorsicht! Aufpassen! Jaaaa! Versteht jemand von euch klingonisch? Klingt komisch. Jetzt wieder in die Ingenieursabteilung. Achievement Collection, ist das hier? Das ist ja Wahnsinn. Drei Stück auf einmal, ne? Also Ingenieursabteilung. Äh. Achso, wo müssen wir denn jetzt hin? Wieder in die Maschinenraum. Oh, hier auf der Brücke sind wir doch schon. Nein, wir müssen in den Maschinenraum. Äh. Sollen wir in die Ingenieursbüro besetzen? Ja, muss ich auch, muss ich auch. Oh, macht ihr schon? Da. Ah, sie sind hier. Achso, jetzt werden wir jetzt zur Klingonen-Förmung offiziert. Ah, ja genau, wir werden jetzt transformatiert. Ja, wir werden jetzt transformatiert. Das muss aber ein guter Holoprojektor sein. So ein kleines Schweinchen, so ein E-Adligen. Das könnte auch die Handkanone von Iron Man sein. Äh, der hat ja auch manchmal nur den Handschuh an. Ja, im, im, ähm, im Zivilwar ist es doch, ähm. Weil er hatte doch dieses, äh, diesen Handschuh, den er sich so drüber zieht. Kaplaat! Und schon bin ich dreimal so groß und bin Klingone. Meine Wamble ist weg. Ohne Arsch in der Hose. Mann, ist die dünn. Sie sind in der Branche. Do not fire. Repeat. Do not fire. Repeat. Do not fire. Not fire. Im Brotmesser? Nochmal Auszeichnung, also im Töten gekleidet. So im Töten gekleidet. So im Töten gekleidet. Ja, okay, geil. Gehst du im Klamottenhändler? Ich hätte gerne ein paar Klamotten zu welchem anders. So im Töten. Äh, äh, äh. Ich ruf mein Tschüss. Achso. Rufen sie ihr Schiff. Achso. Aber, aber gab's nicht noch so'n, 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 so'n. Buttlet hier in der Mission? Mobben sie nach Imaga? Doch, am Anfang gab's immer ein Buttlet. Okay. Weil die haben die, die konntest du nämlich gut farben und verkaufen, die Dinger. Weil da waren nämlich manchmal auch lilan dabei. Hmmm. Du bist mir da einfach reingebiegen, dann konntest du das Neues holen. Ja, das war lange, lange. Ich bewahre die Kommunikationen von Planeten. Sie rufen nicht nach Schiffen. Also entweder haben sie uns nicht bemerkt worden, dass sie glauben. Wir müssen hier sein. Für den Augenblick sind wir in Sicherheit. Aber das kann sich jederzeit ändern. Wir müssen scaleen. Ich kann mich tarben. Boah, das klingt grundsätzlich bei der Bray sieht echt geil aus jetzt. Ja. Wo sind meine Leute? Stationen. Hier ist ja gar nichts ausgerüstet. Das ist voll das Snoop-Schiff. Ich rüste jetzt auch hier nichts mehr aus. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber zumindest die Leute, die da reingehören. Näh. Näh. Ich habe eh nicht... Was habe ich denn? Ich habe ja nichts. Oh! Krieg? Da geht irgendwas hoch. Das sehe ich noch. Muss ich mich doch enttarnen, ob ich das schießen kann? Ja. Oder muss ich? Ja, du musst dich schon enttarnen, ja. Achso, stimmt. Die Dinger, mit denen kann ich jetzt gar nichts anfangen. Hups. Aber ich muss sagen, bei den Klingonen habe ich immer die Bird of Brays gerne gespielt, ey. Äh, habt ihr auch alle schöne Energie auf die Waffen geleitet? Aber Logo. Gleich als allererstes. Der erste Mausklick. Habe ich jetzt gleich als allererstes gemacht, nachdem du es gesagt hast. Ja. Denke ich mir doch. Oh, das ist... Schadensbericht. Schadensbericht! Minimaler Schaden. Alle Systeme funktionstüchtig. In unserem riesen Bird of Prey hier. Für das Imperium! Wer hat uns gegriffen an? Ich meine, es ist doch schon Schluss, wo das Lied ankommt. Uh. Der mir gerade... Oh, ja, oh, ja. Der, der, der Rücken, der Rücken stirbt da noch her. Der Rücken stirbt. Nachdem können wir die Kommandocode aus einem Terminal auf den Planeten. Bis. Lade Kommandoprogramm hoch. Oh, das ist aber krasser Upload hier. Ah, okay. 2,6 Milliarden Gigabyte in 0,2 Sekunden geladen. So. Wuhu! Ich flieg ohne Tarnung. Ab zum nächsten Generator! Okay, du längst sie alle ab, okay? Ich leck sie alle ab. Aber ich sag mal so, das sieht man doch eher an diesem komischen Nebel, den wir da hinterlassen. Aber es sieht cool aus, wie hier rum eiert da. Bärm, bärm. Putz! Und die Kanonen nervt mich wohl dieses Ausrichten auf die Gegner. Ja, aber bei Klingonen ist das irgendwie, das gehört dazu, finde ich. Das gehört dazu, ja. Aber das ist eigentlich immer nerf dran. Das ist genauso wichtig, die Feind lieber mit Kanonen fliegt als mit Beams. Das ist einfach Kanonen. Vor allem ist es auch Kanonen, wenn ich bei mir hier... Ja, Kanonen, Kanonen sind das. So, ich flieg mal nach Charlie. Aber ich flieg mal ein bisschen, ein bisschen durch die Ersteorien durch hier. Das ist grad so. Charlie, ich kann mir hier mit dem Bird of Prey keinen in Typ F-Shuttle hin. Doch, Typ F-Shuttle ist grad geflogen. Schon ganz geil, ey. Da warst du vor den Elite... Ja. Nur cooler, weil du hast ein Bird of Prey. Weil ich sag mal so... Oh, von der Abt hat nicht geklappt. Ich hab mich unterbrochen. Bäm!